Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit Dahlokundra in Sachsen als Player in Liquid Dax. Schönen guten Tag! Und auf der neuen Map bei TAC! Bei TAC! Guten Tag! Ach nee, das war was anderes. Vielleicht gibt es da immer noch Feuerwerk oder was anderes. Vielleicht wird jetzt Samba getan zu sehen. Die schmeißen die Samba Brücke. Die schmeißen die Samba Brücke? Das wäre das einzige Rio de Janeiro und da dieser Karneval. Läufst auf dem Dach rum und kriegst so eine Rassel an den Kopf. Ausgenockt. Die verkleiden sich immer so wenig. Und das Rassel auch so schön. Wie gut es einfach wäre. Die verkleiden sich so wenig. Ja, Manus, haben wir gehört. Habt ihr verstanden. Verstanden gehört. Also nicht noch Montagna haben. Wenn Blitz Montagna blitzen würde, würde er auf den Arsch... Jetzt wiederholt er Reinsitz, der im Übrigen überragend war. Das ist dämlich. Oh Mann. Die Fotomontage. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Die Bälle hier sind auch angeschweißt, oder? Die hier draußen. Die Fußbälle nicht. Die Fußbälle kannst du spielen. Ja, okay. Ja, voll Torgeschossen, ey. 1-0. 1-0. Scheiße. Irgendwo unten sein, oder? Wir haben ja geflogen. Wo geht's denn hier? Nein. Hier geht's nicht. Alter, hier müssen noch Löcher in der Wand sein. Habt ihr Hostet. Ja, ne. Hier sind keine Löcher in der Wand. Hier fehlen einfach Wände. Hier fehlt alles. Oh, guter Ortzeug. Was ist auch noch guter? Guten Tag. Aber es geht ja eh um die Hamfsplantage. Und tschüss. Haben wir eine? Geil. Okay. 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 Mensch. Was ist hier hinter dieser Fußbälle da, du? Kann man doch direkt rein, oder? Guck mal ein Zyklon. Guck mal hier. Hier hat gerade ein Captain Uno uns irgendwas angebracht. Also, ne. Angebracht. Au. Sagts, ich könnte schwören hier links drin. Hat sich was bewegt. Ollo. Was soll? Was hast du gesagt? Ich hab ein bisschen Angst hier. Guck mal hier kannst du theoretisch auf... Okay. Warte mal. Weil hier kannst du aufschweißen. Wir haben keinen Zornhaut. Wir haben keinen Zornhaut. Ach stimmt. Du hast ja gar keinen Theramite. Nicht. Ach wir haben generell gar keinen. Oh nein. Nein. Warte. Mit ihm. Hinten wir. Hinten dem Raum ist dann da drin. Manos. Ach. Ja. Guck mal durch den Weg. Rechts hinter dem Ding. Hinter dem Ding. Hinter diesem Koffer. Ja. Alter jetzt hab ich natürlich nach rechts geguckt. Weil Sachse da vom Haus fällt. Ja ist immer aufgeschlagen ey. Totale Erschütterung. Kapkan ist fast tot. Irgendwo ist was aufgegangen. Ja. Da war der Gertz. Ich geh in die Heiligen Hallen. Weg wie alles ist tot. Ne und so. Ja. Hätte ich auch so sagen können. Hallo. Ist gut. Wir müssen eins her. Ernsthaft? Wo ist die Treppe? Ja. Hier ist die Treppe. Wo? Geh du mal. Hier. Ja 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 ja. Da hinten dran. Die haben Kapkan. Ja aber hier ist keine Tür. Ja. Das ist mir schon bewusst. Warte mal. Ich leg mal rechts Feuer rein. Vorsicht mal. Alter. Manos stopp. Manos stopp. Loll. Jetzt sind das Hanf an. Ich seh ihn unten. Aber da oben ist natürlich auch ein gelder Spot. War da jetzt was? Ich versuch's einfach. Da los. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Treppe. Nein. Oben ist da oben. Hock dieser Ficker auf der Treppe ey. Da waren mehr oder? Oh no. Ich konnte nicht schießen. Natürlich war da jetzt die Scheiß. Dieser Ficker. Hä? Also mit der Treppe meine ich. Aber davon hätte man ausgehen können. Ja ich weiß. Einer nur hoch gucken müssen. Ja. Der erste. Wenn die halt einfach in die eine Richtung geblitzt. Und da ist aber noch nichts passiert. Ja richtig. Wenn die hat die Tür gedeckt. Ja. Und hinter ihm ist nichts passiert. Na ja. Haben wir drüber geredet. Aber gewinnen wir jetzt die restlichen drei Runden. Mh. Okay. Machen wir. Mh. 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 Das ist nichts. Ne, das meine ich nicht. Ich stehe auf der anderen Seite von eurem Haus, also an einem ganz anderen Haus und hab schon einen Termite gerade erschossen, wer an einem Fenster hing. Also ich kann hier alles sehen. Ach, das meinst du? Nur noch ein Gegner übrig. Was ist das da, du Lederer? Der ist... Hast du auf mich geschossen, Dalu? Nein. Leider. Oh Gott. Und... Wo ist er nicht? Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Wo ist der denn? Äh, der hat ja irgendwas aufgemacht. Ich hab natürlich ihm aufgelassen. Äh. Lol. Wirklich? Pitching, hat's gemacht. Nirgends wo läuft er rum oder läuft? Und die liegt einfach irgendwo. Da, guck mal, da bin ich oben. Man hat mich noch gesehen, habt ihr mein Bein gesehen. Da bin ich. Ja, da, hi. Oh Mann, ey. Aber die lag ja... Das hätt ich sein können. Hättest du? Meist du, die lag so offen, dass man... Ja, die lag so offen, dass da eigentlich nur ein Mannes reinläuft. Hehehe. Wir haben einfach vier von den Leuten. Ja. What the fuck? Was hat wer gesagt? Was hat er selbst gesagt? Ich sag, wir haben einfach vier von denen noch laden. Also vier Stück von dem gegnerischen Team laden noch die Map. Das ist so viel Zeit dafür, einen Anspruch zu nehmen. Oh fuck. Wo spawne ich denn hier? Ehrlich? Das hat er gesagt. Ich mein, der Spawnpunkt ist ja ganz nett, aber... Ich hab noch nie verstanden, ne. Ich hab gefragt, wer will... Ich hab verstanden, wer will mich morgen fahren? Wer will mich morgen... Hehehehe. Das sieht aus. Tor! Ach's rein. Wupp Wupp! Boah, aber geht's denn ja weiter. Geht's mal hier an der Treppe hier. Also unten hab ich bis jetzt nicht gesehen. Inzwischen ja gut. Sagst du, wir waren's verladen? Anf ist auch nicht da, oder? Ich glaube da, wo wir waren. Ja oben. Hallo Geisel. Hallo. Wo wir waren? Ne, ist nicht da, wo wir waren, aber... Es ist da, wo wir unseren geilen Einsatz gemacht haben. Mit dem A-Fenster. Warte mal, Lanz. Da ist irgendwas oben. Das ist das A-Fenster, Leute. Die Frost, die da markiert ist, die hat da irgendwas aufgeworfen. Hier ist das A-Window. Ja, da oben. Kann einer hier aufmachen? Jawohl. Ja, ich. Da ist bei der Geisel drin. Brennt. Also ich seh nichts noch da hinten. Warte, das ist... Im Geiselraum ist einer. Ja. Das ist definitiv angeschossen. Ja, wenn du guckst. Genau da. Der, der, ja. Ja. Schade, wenn einer in der Ecke gewesen wäre, der rauskommen müsste. Hier ist irgendwo eine Kamera, oder? Halt die Scheiße mal auf. Kannst du mal einen Scheiß-Fußball in den Rohr. Wow, war das knapp. Mach mal, Marco. Wieso haut der mehr? Was hat der? Das ist die Kamera. Geh ich mit? Dax hat mich geflasht. Ja, ich dachte, nein. Boah, die hab ich schon angehilft, oder? Die sind gespottet. Letzter im Geiselraum. Was sind die gar hier drin? Schon jetzt ein geiler Zugriff, ne? Muss man so sagen, oder? Hinterm Schild. Er hat kein Leben mehr. Ey, ich wollte doch gerade von hinten. Bebebe. Läufen. Sehr schön. Aber war ein geiler Zugriff, oder? Ja, war wundervoll. Ja, das ist, den Raum anzugreifen macht echt Spaß. Ja, bäm, 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 drum bist du, ne? Oh, da war ich sneaky. Fahrrost! Der Fahrrost. Kann ich zum Fahrrad? Blüppern. Allem pallen. Allem pallen. Also bei Frost, dieser eine Skin, dieser Holz-Skin für die Stadt kann, ist auch ziemlich nice, oder? Ja, die Holz-Skins sind cool. Ja. Der Reisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Genügende Sichtrüstung. Ne, klar. Hier gibt's alleine 1000 Wände in den Innenraum. Aber den hier kann man sogar noch dicht machen, relativ gut. Ja. Also eh noch räuscht man noch, dann hätten wir auch die Wände dicht. Habt noch eine? Wo? Da, wo Bündrang gerade so gemacht hat. Also da hinten. Ich will nach unten. Da unten ist noch eine Drohne irgendwo Dalle. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Okay, die Drohne habe ich gefunden. Die könnten nicht gesehen haben, wie du nach da hinten gelaufen bist. Oh shit. Das Fenster, Vorsicht, Manus, da haben sie eben reingeschossen. Ja. Bäh. Oh, das ist in der Lüftungsschächste. Warte mal, das ist ein Schild, glaube ich. Unten ist ein Blitz. Der da ist da oben. Hab ich da einen abscheiden? Ja. Ich wüsste, wie das da war. Blitz kommt bei mir, Manus. Ja, hier sind scheiß Bretter. Ganz dumm vor mir gefallen. Ich sehe nichts. Oh, da kommt einer. Nice. Der war da auf einmal. Unten, 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 unten. Blitz noch von unten. Hast du den, der da noch die Rovan? Ja, ja. Der da hing, den hab ich erschossen. Oh, so. Ja, 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 deswegen, ja. Esch, oben ist down. Esch, oben ist down. Geh einfach durch. Kannst durchgehen. Liegt hinten. Nach links weggekrochen. Nach links weggekrochen. Nach links weggekrochen. Blitz der verbleibende Gegner. Jetzt darfst du mich aufheben. Bitte. Warte mal. Der ist hier. Dankeschön. Da war Blitz, ne? Der ist immer noch da draußen. Lass mir den hier unten, wenn der reinkommt. Ja, ja, ja. 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 Hä? Waaa? Was? Da war ein Schild davor, aber ist Okay. Ist Okay. Da hol der den Sniper raus. Alter, ich glaub's nicht. Anos hat ihn leust. Anos ist der Erste. Das gab's auf ihm. Nein, stamm die Aufnahmen nicht. Nee, was? Die kann man nicht nehmen, das geht nicht. Bis dann. Das ist ja wohl mal der Oberschitz. In diesem Sinne vielen Dank uns Zuschauer, dass es für mich abends euch gefallen hat und schaut bei den anderen vorbei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.